Hallo liebe YB-Fans, es ist endlich soweit, ich habe den ganzen Sommer drauf gewartet und jetzt ist es da, das neue YB-Leibchen. Und ich werfe mal ein Blick drauf. Diesen Samstag am 1, im Shopiland in Schönbühl, präsentieren wir euch das neue YB-Trikot. Ich hoffe, ihr habt zahlreich erscheinen und vielleicht ergattert ihr euch das ein oder andere Autogramm.